Liebe Jungs und Mädchen, oder was auch immer, ich bin Captain Jack Sparrow. Ah, der eine oder andere kennt mich womöglich. Euch mögen vielleicht Gerüchte zu Ohren gekommen sein, dass Jack Sparrow eine Besatzung anheuert, um eine Reise anzutreten. Zur Quelle der ewigen Jugend. Die Reise wirkt einige beträchtliche Gefahren. Einschließlich, aber nicht ausschließlich Zombies. Halsabschneider. Es hat begonnen. Meerjungfrau. Ihr wollt doch nicht etwa dabei sein, oder etwa doch? Nein. Es gibt dieses Mal einige neue Figuren. Und einige altbekannte Aktien. Ihr seid Jack Sparrow. Fehlt da nicht irgendwo ein Captain? Barbossa ist kein Pirat mehr. Er ist auf die Seite der Krone gewechselt. Sind wir nicht Männer des Königs? Ihr Mäuterer sollt hängen! Mit Blackbeard haben wir einen der bösartigsten Charaktere überhaupt geschafft. Wenn ich nicht ab und zu einen Mann umbringe, vergessen die, wer ich bin. Bereit, wenn sie es ist! Und er hat eine schöne Tochter, die ihn retten will. Nein! Vater, ich bitte dich! Und mittendrin natürlich Captain Jack. Angelica war früher mit Jack Sparrow zusammen. Und Jack hat sie verdorben. Wieso musst du immer mit etwas Schärfem auf mich zeigen, wenn wir uns begegnen? Das neue Abenteuer spielt im Dschungel, in Höhlen und an Wasserfällen. Kennt ihr das Gefühl, wenn man irgendwo runterguckt und springen will? Ich hab's nicht. Ja! Schlafen könnt ihr, wenn ihr tot seid. Also los! Ah! War das alles? Bist du denn schon? Kämpfe schon mit der Gelände! Ja! Haben das auch alle gesehen, weil ich das nicht nochmal machen werde!